Heute geht es bei StartTube um den hier, einen mobilen Akku, Nass- und Trockensauger für die Werkstatt. Und um eine innovative Lösung für die Werkstatt, einen Mini-Nadelklopfer von HZ. Hallo in der Werkstatt und willkommen zu einer neuen Folge von StartTube. Markus, mit oder ohne? Wie meinst du? Saugst du daheim mit oder ohne Kabel? Okay, also wenn ich sauge, dann eher traditionell mit Kabel. Ja, also ich habe mir letztens was gegönnt. Ich habe umgerüstet auf einen Akkusauger. Man erspart sich wirklich das dauernde Umstecken, man ist schneller einsatzbereit und natürlich immer mobil. Und genau aus diesem Grund hat auch Metabo jetzt einen handlichen Akku, Nass- und Trockensauger entwickelt. Er ist optimal geeignet für kleinere Reinigungs- und Absaugerarbeiten, ist gewerblich zugelassen und zertifiziert für die sogenannte Staubklasse L. Er hat jede Menge praktische Funktionen, wie einen Eco- und Boost-Modus, einen ergonomischen Tragegriff und ein Staub- und Spritzwasser geschütztes Akkufach. Noch ein wichtiges Feature ist echt praktisch, er hat eine Blasfunktion. Genau, die integrierte Blasfunktion ist optimal zum Ausblasen, Trocknen und Abluftausleiten geeignet. Faszinierend. Was für euch noch wichtig ist, standardmäßig ist kein Akku und Ladegerät im Lieferumfang enthalten, aber wie bei Metabo üblich passt dieser Akku in über 135 verschiedene Metabo 18 Volt Geräte. Ja, und das passende Akku Basic Set haben wir euch in der Beschreibung verlinkt. Und Markus, bist du überzeugt? Es gibt tatsächlich einige Features, da komme ich ins Überlegen. Wir haben ein innovatives Druckluftwerkzeug für euch, den Mini-Nadelklopfer 9035 M5. Mit 3200 Schlägen pro Minute entfernt er mühelos hartnäckige Verschmutzungen und Rost und ist vor allem bei der Reinigung von Bremsanlagen einsetzbar. Ja, er besticht durch seine Leistung, der verstellbaren Nadelabdeckung und dem kälteisolierten Griff. Durch seine kompakten Maße kommt man mühelos in schwer zugängliche und verwinkelnde Stellen. Ja, und die 13 ausbaubaren Nadeln mit einem extra kleinen Durchmesser von nur 1,3 Millimetern sorgen für eine besonders feine Reinigung. Je nach Verschmutzungsgrad lässt sich die Leistung zudem stufenlos einstellen. Und jetzt eine wichtige Info für euch. Dani, hast du uns was zu sagen? Ja, tatsächlich. Ich habe hier nicht nur ein kleines Corona-Bäuchlein, sondern hier schlummert tatsächlich der Schraubernachwuchs in mir. Ich werde mich bald in die Babypause verabschieden. Ich bin schon gespannt, wie es wird, anstatt hier mit euch hinter der Theke am Wickeltisch zu stehen. Dafür wünschen wir dir alles Gute. Wir werden dich sehr vermissen, denn jetzt haben wir nicht nur das fachliche, sondern auch noch das optische Highlight des Sendung verloren. Ja, ich werde euch definitiv auch vermissen. Vermutlich zwischen Windeln und Spucktüchern. Aber es waren jetzt immerhin fast fünf Jahre mit Startube und es war echt eine geile Zeit. Also vielen Dank dafür. Ich werde euch natürlich weiterhin fleißig anschauen und auch liken. Das wollen wir hoffen. Wir sehen uns nach der Sommerpause mit leicht geändertem Format und Startube-Team wieder. Gebt uns einen Daumen nach oben oder noch besser abonniert unseren Kanal. Und noch ein letztes Mal, wie gewohnt. Wir sagen danke und... Bleibt es immer mobil. Oh! Von uns allen. Oh, danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020